Sehr geehrter Herr Professor Schneidewind, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wuppertal-Instituts, sehr geehrte Damen und Herren, ein kluger Mann hat einmal gesagt, aus der Vergangenheit kann jeder lernen, es kommt darauf an, aus der Zukunft zu lernen. Aus der Zukunft zu lernen, das ist die Aufgabe, der sich das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie jetzt seit 20 Jahren verschrieben hat. Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich zu diesem Jubiläum und zu Ihrer erfolgreichen Arbeit. Umweltpolitik ist schon seit langem ohne Ihre Forschungen und Empfehlungen nicht mehr denkbar. Ob Klimaschutz, Mobilität oder Energie, das Wuppertal-Institut berät in diesen zentralen Fragen die Politik und sie prägen gleichzeitig die öffentliche Debatte mit. Mit Ihren Studien verbinden sich zukunftsweisende Szenarien, wie der Faktor 4. Sie entwerfen aber auch vorbildliche pädagogische Konzepte, wie zum Beispiel den ökologischen Rucksack. Mit Ihnen wurde Wuppertal zu einer der ersten Adressen in der Welt, wenn es um neue Wohlstandsmodelle geht. Mit Ihren Studien etwa zur Steigerung der Ressourceneffizienz leisten Sie einen wichtigen Beitrag dazu, dass unser Land, aber auch die Art, wie der Mensch lebt, für die nächsten Generationen zukunftsfähig wird. Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist es, wirtschaftliches Wachstum vom Verbrauch endlicher Ressourcen zu entkoppeln. Das ist der Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit nicht nur unseres Landes. Nur wenn es gelingt, dies zu erreichen, werden die nachfolgenden Generationen Wohlstand und Spielräume für politische und wirtschaftliche Gestaltung haben. Es ist das Zukunftsprojekt, es ist das Gerechtigkeitsprojekt unserer Zeit. Wandel als Herausforderung. Dieses Motto Ihres Kongresses lässt sich direkt auf die Politik übertragen. Mit der Energiewende gestalten wir diesen Wandel. Wir setzen auf die Energieversorgung der Zukunft mit den erneuerbaren Energien als Hauptträger und großen Fortschritten bei der Energieeffizienz. Die Energiewende ist eine große nationale Herausforderung, ein großes nationales Gemeinschaftsprojekt mit vielen Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen in unterschiedlichen Sektoren von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat. Das gilt besonders für das Energieland Nummer 1 für Nordrhein-Westfalen mit seinen bedeutenden Energieunternehmen, energieproduzierenden und energieverbrauchenden Unternehmen und mit der führenden Stellung in der Energieforschung. Und darum ist es besonders passend, aber auch so erfreulich, dass Sie in unserem Bundesland Ihren Sitz haben. Wenn alle zusammenstehen, an einem Strang ziehen, dann wird die Energiewende ein großer Erfolg. Dann wird sie der Nachweis, dass diese neue ökonomisch-technologische Basis von Energieversorgung in einem großen Industrieland möglich ist, mit weitreichenden dann internationalen Konsequenzen im besten Sinne, die wir erwarten können. Diese Energiewende ist nicht nur der Schlüssel für den Schutz von Umwelt und Klima, sondern sie ist auch die konkreteste, die zukunftsfähige, beste Wachstumsstrategie, die ich kenne. Eine Wachstumsstrategie, die nicht mehr Industrie gegen Ökologie ausspielt, sondern die wechselseitige Verschränktheit und Verschränkung von beidem ausdrückt. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ich freue mich darauf, dass Sie für uns und mit uns aus der Zukunft lernen und dass es Ihnen weiter gelingt, verantwortliche Beiträge für Umwelt, Klima und die Interessen der künftigen Generationen zu leisten. Vielen Dank und alles Gute!